Auf Lego Ideas können Mockbauer ihre eigenen Vorschläge für künftige Lego Sets einreichen und wenn sie 10.000 Unterstützer bekommen, schaut Lego sich diese Idee genauer an. In den letzten drei Monaten haben das insgesamt 42 Entwürfe geschafft, die teilweise einfach Weltklasse sind. Deshalb werden wir das heute einmal durchgehen. Ich werde immer sagen, für wie wahrscheinlich ich das halte, dass die tatsächlich umgesetzt werden. Starten wir los. Der erste Entwurf kommt von Arnon22. Der hat hier das Modular Heritage Museum designt, also ein Heimatmuseum. Erstmal, es ist ein Modular. Mir gefällt diese Front hier super, super gut. Das ist Wahnsinn, wie sich das hier so einmal komplett herumzieht. An der Seite gibt es dann wohl noch so einen kleinen Laden und eine Telefonzelle. Tja, und der Hauptbereich ist dann natürlich das Heritage Museum. Ein paar Ausstellungsstücke sind hier drin zu finden. Ich denke, er hat sich für jedes Ausstellungsstück auch noch einen kleinen Hintergrund überlegt. Aber der Name Museum trägt es schon in sich. Lego hat ja jetzt gerade erst selber ein modulares Museum herausgebracht. Deshalb glaube ich nicht, dass sie dieses Modular dann tatsächlich akzeptieren werden. Ich hoffe, es schafft es dann irgendwie in das Bricklink-Designer-Programm. Denn ein paar Bautechniken und vor allem der Look von dieser kurvigen Fassade hier vorne ist wirklich schon cool gebaut. Dann kommen wir direkt auch schon zu einem meiner Favoriten und zwar dem großen Tempel von Abu Simbel. Das wäre endlich mal wieder ein Ägypter-Set. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor einiger Zeit gab es sogar mal eine eigene Ägypter-Themenreihe. Pharaos Quest mit einer Pyramide und so weiter. Es gibt in der Architecture-Reihe die halbe Pyramide. Aber hier könnte man dann tatsächlich auch mal wieder was mit Minifiguren machen. Wenn wir uns diesen Tempel mal genauer anschauen, gibt es da auch ein paar coole Funktionen. Zum Beispiel kann man hier hinten dieses Tor öffnen. Coole Bautechnik hier auch mit diesem Droiden-Battle-Kopf, der dann mal in der neuen Farbe dabei wäre. Und dann hier diese ganzen gebauten Statuen, die dort zu finden sind. Dann kann man in die Särge natürlich die beiden Pharaonen reinsetzen. Also das sind Könige Nofretete und König Ramses II. Da hätte ich richtig Lust, mir für das Review ein paar Dokumentationen reinzuziehen. Tja, hier kann man dann mit diesen einzelnen Teilen auch noch Funktionen auslösen, wie diesen Weg, der dann da unten hereinführt, wo dann der Schatz drin ist. Das sind einfach so ein paar Funktionen, die bei dem Architecture-Set natürlich nicht eingebaut wurden, die man dann hier noch gut verstecken könnte. Würde ich kaufen. Auch mal was Neues wäre der Rolls Royce Phantom 1. Ein Fahrzeug, wovon wir noch gar keine Lizenz bis jetzt gehabt haben. Auch die Renderings lassen das hier schön aussehen. Allerdings würde das bei Lego wahrscheinlich kein Chrom dann tatsächlich sein, weil Lego ja keine Chromteile mehr macht. Leider. Trotzdem vom Innenraum her, hier auch vorne auch dem offenen Bereich für den Fahrer und den vielen Details, die er hier eingebaut hat, ist das schon ein schönes Modell. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht so wirklich, dass das tatsächlich ausgewählt wird unter diesen anderen starken Entwürfen. Richtig cool sieht auch dieser Moon Palace aus von Lego Truman. Der hatte auch schon ein paar Entwürfe hier im Lego Ideas Review. Das ist dann quasi der Mond, wo dann ein Palast reingebaut wird, unter dem dann aber auch nochmal hier so ein bisschen Wasser zu sehen ist, auf dem das dann steht. Das steht alles auf diesen Stützen hier, die ihr sehen könnt mit der Stuntnot-on-Top-Technik, weil die Steine ja unten so liegen quasi. Wäre auch nochmal was ganz Neues. Wobei dieses leichte Schimmern, was dieser Mond hier hat, das würde natürlich in echt nicht so sein, das wären dann einfach komplett weiße Teile. Manchmal wäre es glaube ich ganz gut, wenn sie auch noch Bilder ohne das Computer-Rendering mit reinlegen würden, damit man es ein bisschen besser vor Augen hat. Hier haben wir eine weitere Rakete. Ihr wisst, Lego hat ja dieses Jahr schon sehr, sehr viele spacebezogene Sets herausgebracht. Und tatsächlich hier das NASA Space Launch System. Da gab es vor einiger Zeit schon in der City-Reihe ein paar Sets, die daran inspiriert worden sind. Und ich muss sagen, diese eine Rakete, die sieht schon sehr ähnlich hierzu aus. Wobei wir hier natürlich viel, viel komplexere Bautechniken haben, weil es halt als 18 Plus Modell gedacht ist und nicht als Spielmodell. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Lego im Ideas-Programm jetzt auch noch Space Sets herausbringt nach diesem Space Lasting? Ja, möglich wäre es, kann ich euch aber nicht sagen. Tja, und hier ist direkt nochmal Lego Truman mit einem nächsten Entwurf. Und das ist Lego Anatomy. Das ist quasi eine halbe Minifigur mit einem Skelett auf der anderen Seite. Sieht ziemlich putzig aus und würde halt vom Maßstab her genau zu diesen anderen Großfiguren passen, die Lego in letzter Zeit herausgehauen hat. Vom Konzept her finde ich es aber viel, viel spannender, weil man natürlich eine halbe Minifigur und ein halbes Skelett hat. Was man dann bewegen kann, wo man hier auch die Organe im Inneren sieht. Ist irgendwie eine coole Sache, würde ich mir auf den Schreibtisch stellen. Und was ich mir gerne noch daneben stellen würde, das wäre eine Minifigur, die genauso aussieht. Hier ist die erste Einreichung zu Coraline, The Pink Palace. Hier hätte ich mir ehrlich gesagt ein paar mehr Bilder gewünscht. Ihr seht, es gibt nur zwei Stück. Hier dann halt noch die Minifiguren. Coraline, das ist ein Film, kannte ich vorher auch nicht. Ich muss auch sagen, das Haus sagt mir noch nicht so ganz zu. Vielleicht, weil die Bilder fehlen. Andererseits, ich habe mal die Vorlage gegoogelt. Da ist das Haus so ein bisschen düsterer. Den Stil hätte ich mir dann hierfür auch noch gewünscht. Und wahrscheinlich würden die Designer von Lego das dann auch noch umändern. Vielleicht muss ich den Film mal angucken. Hier kommt gleich noch ein weiterer Pink Palace Entwurf. Die World Trade Center Twin Towers und das Vista International Hotel aus 1979. Wir haben es auch hier ins Review reingeschafft. Wir kennen alle die Geschichte dahinter. Wahrscheinlich würde Lego das nicht umsetzen, weil es halt einfach ein bisschen kontrovers wäre. Trotzdem bautechnisch ist das schön gebaut hier mit den Twin Towers, die sich dann da so nach oben ziehen. Ich schätze mal, das hier sind sogar dann Prints, weil die Fenster hier kleiner sind als diese Grillteile da unten. Das macht natürlich schon nochmal was her, wenn da ein paar mehr Fenster sind, als wenn man einfach nur die Grillteile benutzen würde. Hier unten noch mit den Straßen angedeutet, wie man das von einigen Architecture Sets kennt. Und das Hotel, welches sich gerade hier im Bau befindet, sorgt natürlich auch nochmal für ein bisschen Abwechslung dort unten. Vor allem dieser Kran, das ist schon eine coole Idee tatsächlich. Ja, es ist definitiv eine traurige Geschichte. Boah, und das muss man auch noch sagen hier. Diese Mini-Modelle von den LKWs und dem Bagger hier an der Seite, die sind auch schon echt schön gebaut. Diese Pflanzen hier, Good Ogles Garden, sind auch ein Highlight. Ganz cool ist, dass hier immer noch diese Schilde mit einem Mini-Modell daneben stehen. Aber auch da muss man sagen, Lego hat ja jetzt die eigene Botanical Collection, wo sie solche Sachen dann, glaube ich, eher selber rausbringen würden, ohne jetzt die Ideas-Reihe dafür zu benutzen. Deshalb sehe ich da auch nicht so hohe Möglichkeiten. Eigentlich schade drum, weil wie gesagt, das ist schön designt. Das musste ich auch erstmal googeln. Happier Than Ever. Das ist tatsächlich ein Song von Billie Eilish und der wurde hier als Lego-Modell umgesetzt. Der beginnt damit, dass sie hier im Wohnzimmer sitzt und dann am Telefonieren ist. Dann wird alles überschwemmt und dann schwimmt sie nach oben und landet auf dem Dach und singt dann dort weiter. Ich weiß nicht wieso, aber mit diesem Format, mit dem Fernseher, wo sie dann da drin ist und hier hinten noch dem Tonstudio, was da eingebaut wurde, finde ich das sogar besser als die meisten von den ganzen Taylor Swift-Entwürfen, die wir in der letzten Review-Phase gehabt haben. Ich denke, die Entscheidung, ob sie das auswählen, steht und fällt alles damit, ob das BTS Dynamite-Set, das letzte Musik-Set in der Ideas-Reihe, sich gut verkauft hat oder halt eben nicht. Hier haben wir ein weiteres modularartiges Gebäude von Bricky Brick. Der hat auch schon sehr, sehr viele Entwürfe gehabt. Da muss ich sagen, gefällt mir das vor allem gut, dass hier die Bahn durchfährt. Ich hoffe, das machen sie irgendwann bei den offiziellen Modellen oder sie bringen vielleicht mal sowas heraus. Gut, es gibt ja schon den großen Stuttgate-Bahnhof, wo dann tatsächlich halt ein Bahnhof mit mehreren Gleisen ist, aber das hat irgendwie was. Da gibt es dann einen Burgerladen, hier oben noch einige weitere Räume, aber auch nur ein Bild vom Innenraum. Das ist ein bisschen schade, da hätte ich mir gerne noch ein bisschen mehr Einblicke gewünscht. Auf den ersten Blick sieht diese Jukebox sehr, sehr langweilig aus. Wenn man aber nochmal genauer hinschaut, dann gibt es da ein komplettes Interieur drin. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Ihr könnt dort oben eine Münze einwerfen. Einerseits hier oben dann auch noch diese Teile abnehmen. Da ist dann eine Schallplatte drin mit einer Minifigur, die das Ganze hier kontrolliert und gerade am Essen ist. Und hier könnt ihr nochmal den Mechanismus im Inneren sehen, wie sich das dann da quasi einfaltet. Da sind dann halt gerade die Musiker und Spielen, so als ob sie in dieser Jukebox drin sind quasi. Das ist schon eine nette Idee. Kaufen würde ich es aber glaube ich nicht. Tja und das ist wahrscheinlich auch wieder Ansichtssache, aber für mich sind Phineas und Ferb längst überfällig, dass die endlich ihr eigenes Ideaset bekommen. Hier jetzt mit dem Wohnhaus und ein paar Erfindungen, beziehungsweise Erfindungen auch von Dr. und Tufenschmirtz, die sind hier auch dabei nachgebaut. Es gibt den E-Nator, es gibt das fliegende Auto der Familie, es gibt das Portal zum Mars, ganz viele Minifiguren. Klar, bei Phineas und Ferb fehlen jetzt noch ein paar Bedruckungen hier oben drauf, sonst sieht das ein bisschen seltsam aus. Und cool, dass die Pflanzenteile hier für die Frisur benutzt wurden. Aber die Serie habe ich damals so gefeiert. Das wäre für mich ein gelungenes Modell. Das ist halt die Frage, wie populär Phineas und Ferb aktuell sind. Aber ich denke, viele von den Leuten, die das damals geguckt haben, haben jetzt die Kohle, sich so ein Set zu kaufen. Das wird wahrscheinlich auch bei 180 Euro liegen, denke ich mal. Das James-Webb-Teleskop hat es nochmal in die Review-Phase geschafft. Ich muss weiterhin sagen, ich finde, es ist ein schönes Modell. Man kann es tatsächlich ja dann auch noch einklappen. Und das James-Webb-Teleskop hat eine wichtige Bedeutung für uns. Das hat schon viele bahnbrechende Erkenntnisse geliefert. Also eigentlich hätte das ein Lego-Modell verdient und wäre vielleicht auch nochmal cooler als die 10. Rakete. Tja, und bei diesem Entwurf bin ich ehrlich, dem kann ich nicht so viel abgewinnen. Harry Styles' Love on Tour als Set umgesetzt. Da muss ich sagen, das ist einfach ein bisschen zu basic hier mit diesem Block, der dann da gebaut wurde. Und der Bühne oben drauf. Ihr seht, da gibt es auch nichts, was dort drin noch versteckt wird, wo sich dann noch Funktionen irgendwie ausklappen lassen würden. Wenn Lego das umsetzt, dann werden sie es wahrscheinlich komplett einmal umstrukturieren. Aber ich finde es beeindruckend, dass das 10.000 Unterstützer bekommen hat. Tja, und wer kennt es nicht mehr aus der Schulzeit, das Lego-Mikroskop, beziehungsweise eigentlich, ja gut, in der Schulzeit war es kein Lego-Mikroskop. Aber ich kann mich noch genauer erinnern, wie wir immer diese Linsen dann umgeswitcht haben und dann klick, klick. Und dann haben wir hier die Probe drunter gelegt und das analysiert, das Ding hoch und runter gefahren. Und genau das kann man natürlich mit diesem Lego-Mikroskop dann auch machen. Aber ob ich das jetzt als Andenken an die Schulzeit kaufen würde, wahrscheinlich eher nicht, um ehrlich zu sein. Schon für mich ansprechender ist dann der Sequoia Tree Trail. Also letzten Endes, das ist der höchste Baum der Welt und der ist hier in Lego nachgebaut. Das wäre auch mal was Neues. Einerseits gibt es natürlich so ein paar kleinere Sachen, die dann zu dem Tree Trail dazugehören, wie auch diese kleine Hütte, wo dann die Besucher sich Souvenirs und Tickets kaufen können. Aber natürlich auch den höchsten Baum. Der sieht so cool gebaut aus, also viel besser als in jedem anderen Lego-Set, wo ein Baum drin vorkommt. Ob das auch stabil ist, ist natürlich die andere Frage. Aber ich finde, das wäre mal was Neues und eine coole Sache. Ob man für diesen Baum dann 100 Euro bezahlen will, ist natürlich ein anderes Thema. Auch eine nette Idee ist das Tesla Center. Tesla, frage ich mich sowieso, warum sie das noch nicht in der Speed Champions Reihe rausgebracht haben. Vor allem natürlich jetzt mit dem neuen Cybertruck, der natürlich für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Wäre das eigentlich ein perfektes Speed Champions Set, welches ich auch, glaube ich, sehr gut verkaufen würde. Im Inneren kann man halt hier die Farben auswählen. Da steht da noch ein, ich schätze mal, Model S Plaid drin. Hier hinten in der Autowerkstatt kann man dann das, boah, ich weiß nicht, soll das ein Model X sein? Ich glaube, das soll ein Model X sein, untersuchen lassen. Und natürlich hier vorne die Ladesäule. Die fand ich vor allem lustig. Da wird einfach so ein Blaster als Stecker benutzt. Gibt mir auch hier mit der Werkstatt so ein bisschen Ferrari, Lego Racers, Flashbacks. Da gab es damals eine eigene Themenreihe mit sehr, sehr vielen Sets. Auch diesen Entwurf finde ich super cool. Working Cannel Lock gibt es hier. Dort könnt ihr dann tatsächlich mit eurem Boot in diese Schleuse hereinfahren und das Boot auch tatsächlich runter und hoch fahren. Siehe jetzt erstmal hier harmlos von außen aus. Aber in diesem kompletten Berg, wenn wir hier ein bisschen weiter scrollen, da steckt eine komplette Technik drin mit einer Schaltung und vielen Knöpfen, die man dann bewegen kann. Das hätte richtig Potenzial, muss ich ehrlich sagen, weil es so eine perfekte Kombination aus Spielfunktionen, Bauspaß und auch Detailreichtum ist. Ja, hier seht ihr dann nochmal die Funktionen im Detail mit dem Hoch- und Runterlassen, dem Öffnen und natürlich auch mit den Motoren, die man dann hier noch einbauen kann, wenn man hier nicht kurbeln möchte. Weihnachten ist ja eigentlich gerade hinter uns. Das Christmas Theater hat es trotzdem auf 10.000 Unterstützer gebracht. Da könnt ihr dann hier diese Bühne austauschen, einerseits mit so einem Märchen, aber auch noch einem Chor mit vielen Instrumenten. Das wäre aber, glaube ich, auch eher was, was Lego dann in der eigenen Winterreihe rausbringen würde und nicht in der Ideas-Reihe leider. Finde ich aber nicht designt. Tja, und hier ist der Beweis, dass wir alle alt werden. Wreck-It Ralph, der Film, das ist schon wieder 10 Jahre her, dass der herausgekommen ist. Und hier würde er jetzt sein eigenes Lego-Set bekommen. Mit Figuren natürlich dabei. In diesem Hochhaus, in dem man dann verschiedene Szenen drin einbauen kann. Die lassen sich dann auch noch so hochkant herausnehmen scheinbar, wie das hier in der Animation gezeigt wird. Es sind natürlich viele Details drin zu sehen. Aber auch da muss man sagen, für das Haus, da würden bestimmt 250 Euro fällig, so wie das hier aussieht. Das wäre es mir dann wahrscheinlich doch nicht wert, um ehrlich zu sein. Tja, und die Musikvideos sind weiterhin beliebt. Hier haben wir von Stray Kids Ordinary Maniac, wo man dann die verschiedenen Szenen aus dem Musikvideo nachbauen kann. Die hier in der Bahn sitzen. Ganz coole Bautechnik, diese Griffe in der Bahn. Das sind die Krückstöcker, die Minifiguren mit gebrochenen Beinen bekommen. Tja, und so kann man sich das dann zusammenbauen. Muss ich sagen, ich finde das von Billie Eilish immer noch besser. Aber dieser Entwurf ist definitiv mit mehr Liebe gemacht, als der von Harry Styles ist. Es tut mir ja leid. Ach guck mal, die einzelnen Geschäfte kann man auch noch so herausnehmen und dann einzeln ausstellen. Das wäre auch eine richtig coole Sache. Die Regenwaldfrösche. Die sind dann hier mit verschiedenen Farben gebaut und können sich hier auf die Blätter niederlassen. Das sieht wirklich cool aus. Wäre vielleicht auch eine Option, in der Botanical Collection herauszubringen, dass man so Pflanzen hat, wo dann auch noch Tiere integriert werden. Das wäre eine richtig coole Idee. Ich weiß ja gar nicht, warum sie noch nicht selber drauf gekommen sind. Ob es als Ideas-Entwurf reicht? Mal schauen. Mit diesem Entwurf würde Steve Irvin auch eine eigene Minifigur bekommen, mit auch noch einem riesigen Krokodil dabei. Steve Irvin ist der Crocodile Hunter aus Australien. Er ist da wohl ein Zoo-Wärter gewesen. Ich kannte ihn jetzt vor diesem Entwurf ehrlich gesagt noch nicht. Das Krokodil ist aber auf jeden Fall ein Highlight. Ist nicht ganz in Minifigurengröße, aber dafür ist das kleine Krokodil auch noch enthalten. Und man kann das dann halt hier auf dem Ständer ausstellen. Steve Irvin noch daneben stellen. Und es kann auch einfach sein Baby essen. Okay, alles klar. Das würde sich, denke ich, auch als GWP eignen. Natürlich mit einem etwas kleineren Krokodil. Aber das gab es ja auch schon von Jane Goodall vor zwei Jahren ungefähr. Auch Camelot habe ich nie vorher gehört. Aber das soll eine französische Serie sein, wie es hier unten steht. Und da kann man dann die wichtigsten Szenen hier nachbauen. Die Minifiguren gibt es natürlich auch dazu. Es ist halt alles wieder so als Filmset aufgebaut. Deshalb gibt es hier keine Dächer und es ist auch von manchen Seiten offen. Und es gibt auch eine komplette Kameracrew, die das Ganze dann filmen kann. Ach, guck mal, das ist aber eine coole Idee hier mit dem Bett, dass Minifiguren sich dann da reinlegen können. Die kann dann hier über diese Pins an jeder Ecke angebracht werden. Eigentlich eine nette Idee. Aber ich muss sagen, wenn sie irgendwas Französisches umsetzen, dann bitte zuallererst Asterix. Da können wir uns, denke ich, alle drauf einigen. Das wäre hier ein Technik-Idea-Set, der Classic Tractor. Sieht wunderschön designt hier aus mit diesem Schwung, der da drin ist und auch diesen einzelnen Bar-Elementen, die sie hier vorne für den Kühler verwendet haben. Welche Funktionen gibt es dann wohl, dass man hier hinten die einzelnen Gerätschaften ablassen kann. Oder vielleicht kann man die auch umbauen als B-Modell. Oder sind die alle enthalten? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Okay, scheinbar sind die alle enthalten, dass man das alles nachbauen kann. Und man kann natürlich auch die Farben verändern. Aber neun Traktoren gibt es dann, glaube ich, nicht in einem einzigen Set. Ach, guck mal hier, doch ein Brick-Build-Traktor mit einer Minifigur drauf, der soll wohl auch noch dabei sein. Also viele verschiedene Variationsmöglichkeiten, wo Lego sich dann auch aussuchen könnte, was sie tatsächlich dann von diesem Set umsetzen wollen. Die Forest Base wäre natürlich das ultimative Forest Man Set. Ich würde aber eher mal damit rechnen, dass das dann eben Brickling-Designer-Programm irgendwann landet. Sieht natürlich sehr, sehr cool gebaut aus. Hier mit dem Verlies oben drin, den vielen Forest Man, die dann hier das bewachen und dann auch dem Innenraum. Vor allem schön finde ich hier dann die Treppe, die da nach oben führt mit diesen Baumstamm-Teilen mit einem eigenen Print oben drauf. Kaufen würde ich es, denke ich, auf jeden Fall. Auch eine coole Idee ist die Vintage Service Station, also eine alte Tankstelle, eine Oktan-Tankstelle. Ihr wisst, das ist so diese Treibstoffmarke, die es im Lego-Universum gibt. Deshalb auch die grünen, weiß und roten Farben hier mit den ganzen Oldtimern da drin, wo dann auch noch eine Garage eingebaut wurde, beziehungsweise ein Repair-Shop. Boah, das sieht schon wirklich richtig cool aus, muss ich sagen. Wobei die Renderings natürlich auch noch mal einiges herausholen mit den Lichtern und den Chrom-Teilen, dass es so glänzt. Ja, könnte ich mich mit anfreunden, denke ich. Auch eine Schildkröte hat es noch mal ins Ideas Review geschafft und von wem ist die? Natürlich von Lego True Man. Die Schildkröte sieht cool gebaut aus, es gab aber vor einiger Zeit auch schon einen Schildkrötenentwurf, der auf so einem Ständer drauf stand und wo die Schildkröte sich dann auch noch mit Motoren bewegen konnte. Das kann diese hier nicht automatisch. Deshalb, wenn die eine Schildkröte umsetzen, dann glaube ich eher die mit dem Motor drin. No Man's Sky, das ist ein Konsolenspiel und hier haben wir den Radiant Pillar BC1. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, ich gebe es offen und ehrlich zu. Gebaut sieht das Modell aber ganz gut aus. Definitiv besser als so manche Star Wars Starfighter, die wir in letzter Zeit bekommen haben. Aber auch diese Minifigur ist schon ein Highlight mit den Armbedruckungen hier, dass er das alles selber gerendert hat. Ja, gefällt mir gut. Diese Piratenkiste hier, die lässt sich dann öffnen und da erscheint dann so eine Art Schatzkarte draus. Ich denke, das wäre ein cooles Set zum Hinstellen. Hätte was von dem Ship in the Bottle Vibe, dass man sich das irgendwo auf den Schreibtisch stellt und wenn dann Leute vorbeikommen, die dann fragen, oh was ist das denn, dann kann man diese coole Funktion vorführen. Hätte schon irgendwie was, wobei es halt im Grunde genommen nur eine einzige Funktion hat. Hier haben wir eine kleine Ehrung von Königin Elisabeth, wie sie hier in ihrem Büro sitzt. Das ist ein netter Entwurf, allerdings kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie das als eigenes Ideas Set machen. Wenn dann schon eher als GWP, so wie das Galileo Galilei GWP oder auch das von Eifel, was halt immer zu einem großen Landmark Set dazu passen würde. Vielleicht als Ergänzung zu einer riesigen Tower Bridge irgendwann mal, nur als Idee. Sariels Pets and Bricks hat es auch über die 10.000 Unterstützer geschafft. Er hat einen super, super coolen Technik-YouTube-Kanal, habe ich früher sehr, sehr oft geguckt und er hat ja auch einen Technik-Entwurf tatsächlich dann eingereicht. Das ist ein Kalender. Da kann man jeden einzelnen Tag dann einmal draufdrücken und dann switcht der Kalender automatisch und die Monate und so weiter passen sich dann auch an. Ich glaube, das ist eine ganz coole Bautechnik dahinter und es hätte auch irgendwie was, wenn man das im Büro auf dem Schreibtisch stehen hat und jeden Morgen dann hier einmal am gelben Rädchen drehen darf. Die Italian Rivera überzeugt dann auch mit sehr, sehr schönen Farben. Ja, wirkt sehr nach Toskana mit diesen Dächern hier oben. Ja, da gibt es auch noch so einen Eisladen, einen Kanu, was hier angelehnt wird, einen Fotografen, natürlich hier Gelato, wie man es kennt. Und Innenraum ist natürlich auch vorhanden. So muss das doch sein. Subnautica, das ist auch ein Videospiel und die Anfangssequenz, die findet wohl hier auf der Aurora statt. Und wenn ihr euch das mal anschaut, das seht ihr richtig, das Schiff wird dann zerstört. Das kann man bei diesem Lego-Modell auch tatsächlich nachbauen. Da nimmt man dann einfach vorne die Front ab und kann dann ein anderes Teil dran stecken, wo das dann hier quasi gerade in zwei Stücke gebrochen ist. Das ist eine coole Sache. Sollten sie bei einigen Star-Wars-Raumschiffen auch mal machen, dass man da so eine Möglichkeit hat, das Ganze auszuswitchen. Ich habe das Videospiel nicht gespielt, deshalb kann ich sonst leider nicht viel dazu sagen. Hier ist der nächste Pink Palace Entwurf. Dieser Entwurf hat dann tatsächlich auch ein paar mehr Perspektiven und Bilder mit dabei. Komplett das Interieur gibt es natürlich, wobei das Haus dann in dieser Version von hinten offen ist. Die letzte Version war, zumindest soweit ich es sehen konnte, dann einmal komplett geschlossen. Das ist natürlich die Frage, was einem dann lieber ist. Ich meine, bei Kevin allein zu Hause hat es ja auch gut geklappt mit einem komplett geschlossenen Haus. Boah, das hier wäre es auch die Galley of Warriors, also zu Deutsch eine Galere. Das kenne ich auch noch aus den Asterix Comics. Wie genial wäre das bei so einem Schiff, wenn diese Ruder sich hier irgendwie bewegen lassen würden. Ich habe vorhin schon mal geschaut. Ich glaube, das geht bei diesem Entwurf nicht. Könnte man aber, denke ich, noch ganz gut nachrüsten. In dem Fall hat es kein originales Vorbild, sondern ist ein frei ausgedachtes Modell. Aber warum nicht? Ich würde das Teil, glaube ich, kaufen und hätte auch eine Menge Spaß damit. Ach, guck mal, da ist sogar ein Hühnchen hier an Bord. Die Simpsons haben jetzt auch noch mal eine Chance zurückzukommen mit dem Krusty Burger Set. Ja, Krusty Burger mit dem Drive-Thru könnte man dann hier bauen. Falls ihr nicht wisst, es gab schon zwei Simpsons Sets. Das wäre hier natürlich die perfekte Ergänzung zu Springfield. Dann auch mit einem komplett ausgestatteten Interieur. Ich glaube, die Simpsons gehen immer. Wenn es da nicht irgendwelche Probleme mit den Lizenzen gibt, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das noch mal herausbringen. Wobei der Krusty Burger natürlich nicht so ikonisch ist. Wie das klassische Simpsons Haus. Die Idee fand ich richtig cool. Das hier ist eine Wildwasserbahn aus Lego nachgebaut. Ich meine, wir hätten sowas schon mal gesehen. Allerdings damals noch ohne das Achterbahn-Schienensystem. Welches es dann hier gibt. Da geht ihr dann vorne rein, setzt euch in so einen Baumstamm rein. Und dann fährt das Teil einmal hoch. Und es gibt halt zwei, naja, Abfälle drin. Um genau zu sein, sind es drei mit diesem ganz kleinen hier, wenn ihr den noch mal mitzählt. Sieht irgendwie schon cool aus. Aber im Grunde genommen ist es dann halt einfach nur eine Standard-Achterbahn von Lego, die wir auch schon ganz oft in der Creator-Reihe gehabt haben. Und preislich würde man hier, denke ich, auf jeden Fall in die Richtung der 150 Euro gehen. Mal schauen, ob sie das umsetzen. Auch mal was Neues wäre der Ikea-Store Modular. Ja, ein Ikea-Laden. Ist natürlich bei weitem auf einer Baseplate nicht groß genug. Aber so die Idee dahinter finde ich eigentlich ganz nett. Ikea ist ja einfach ein beliebtes Ding über Jahrzehnte schon. Und Lego und Ikea hatten ja schon eigene Kooperationen. Hier jetzt ein eigenes Set zu machen, wäre, denke ich, möglich. Jetzt hat die Frage, ob Lego das überhaupt gerne möchte. Ein Restaurant gibt es hier. Oder ihr könnt da die einzelnen Möbel austesten, wie ihr gerade lustig seid. Und eine Kasse wurde dann da unten auch noch eingebaut. Ich glaube, beim Innenraum kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Von außen sieht es halt schon mal ziemlich cool aus. Auch das A-Team hat es wieder ins Review geschafft. Diesmal noch mit dem Sportwagen dazu. Der A-Team-Van ist, glaube ich, das Interessantere von beiden. Gibt es ja tatsächlich auch schon ein paar Modelle von Alternativherstellern. Hier kann man dann halt auch Minifiguren mit reinbringen. Mal schauen, ob er dieses Mal eine Chance hat. Tja, und genau das gleiche gilt für Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich meine, es ist ja aktuell wieder ein bisschen aktueller durch den Wonka-Film. Und Charlie und die Schokoladenfabrik ist ja auch einfach ein zeitloser Klassiker. Deshalb sehe ich hier schon ein paar Chancen. Eine Funktion gibt es tatsächlich auch bei diesem Set. Hier kann man die jetzt nirgendwo sehen. Aber hier vorne bei der Animation sieht man es. Scheinbar kann man wohl den Wasserfall hier bewegen. Beziehungsweise eigentlich ist es ja kein Wasserfall, sondern Schokoladenfall. Sieht schon ganz cool aus, wie diese ganzen Eis-Elemente dann hier für die Optik von diesem schäumenden Schokoladenfall sorgen sollen. Das waren alle Entwürfe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen ihr davon gerne sehen möchtet als offizielles Set. Wird dann wahrscheinlich in der nächsten Zeit bekannt gegeben von Lego, für welche sie sich entschieden haben, nachdem sie alle geprüft haben. Hier findet ihr noch mehr Videos. Danke fürs Zusehen und ciao. Ciao, ciao.